Willkommen zurück zu Bastion Mit unserem Helden Kit Und wir gehen direkt auf ne neue Mission Jetzt hab ich hier ein paar Aufgaben gemacht letztens Und die mit nem Bogen fehlt noch Die drei Gegner gezielt durch Jagen Die nächste Schade sollte weiter aus dem Wild Ah Diese neue Mission Und hier das Dancy Lager Übungskalende Die heimlich Duerischen Schleicher Trainieren in diesem Ausbildungsgelände Die Hochkunst des Lanzenkampfs Ja lass mal gucken Was ist denn da los Schleicherspieße Verfügung über den Für die Wilds Selandias Brushers Präktis at Camp Doncy Had to navigate a maze of pincushions With nothing but a pike Die wäre schnell Sechs Schalter Kann ich vorher gucken wo die sind Wow Da ist ein Schalter Na Wahnsinn Das ist nur für Neuanfang genau Na gut los geht's Es ist ein gefährliches Test für ein gefährliches Job Was Wie soll ich denn das machen Achso wir müssen das so vernichten Wegen der Reichweite Interessant weil kann ja nicht mal rennen Oha Geschalten hab ich jetzt Ja ich hab doch gedrückt Ne komm wir machen nochmal Au 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 Ich kann ja nicht mal rollen Das wär so geil Ja nochmal Die Brushers waren Selandias Feldagenten Und ihre Training war hart Pam Die Viere schnell alle Wunderbar Oha Weg da Fuck Oh Zack Zack Ist relativ geil eigentlich so Der eine kommt nicht so weit Einen hab ich Das darf ich gucken Auf jeden Fall sind da links noch welche Der weg bitte Den müsste ich immer so und dann so Ach durchschießen kann ich auch durch mehrere Ist auch nicht schlecht Na dann Ich mach hier den noch mit Ich weiß gar nicht wie viel Zeit wir dafür Bekommen Aber da unten brauchen wir nicht mehr Hier ist noch einer Da ist noch einer Den hat Fick ich mal so weg Nicht auf den nächsten Daumen 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 Mann Stell da Mann So Schalter Weg damit Die geht dann nach Zeit weg Heiltrank komm Geht gar nicht Darf gar keinen Heiltrank nehmen Sehr gemein So Der ist noch einen Der ist da oben Cool Dritter Preis Na ganz toll Etwas Spitzes Puh Was sagt die Zeit Komm Es wird immer angezeigt Ich ein bisschen warte Zeig mal an hier Wird gar nicht Schade eigentlich Lass mal zurück Dann nehme ich erst mal die neue Fähigkeit rein Bis der Speer besser ist Zum Beispiel dass ich schneller werfen kann Das wäre ganz nützlich Los Lade Gegen Angriffsverteidigen LT drücken So jetzt kann ich wieder rollen So Was nehmen wir denn Schnellere Hiepangriffe Wurfangriffe können betäuben Schnellere Angriffe Schnellere Angriffe Schnelleres Wurf nachladen Heiche schon Angriffe können betäuben Ne Schnellere Hiepangriffe Fände ich ganz gut Hier haben wir sowieso Hier haben wir Ja Brauchen wir gar nicht mehr So Und jetzt noch mal richtig Dann müssen wir ja alles geschafft Jetzt darf das auch nicht Versagen So Richtige Reihenfolge Kenn ich zwar nicht Welche Richtung es besser wäre Aber Probier es halt Ich gehe mal diesmal zuerst nach links Da hin Wunderbar Komm durch hier Ein bisschen Schaden darf ich mir ja gönnen Oh oh Darf mir auch gar nicht heilen Ist irgendwie voll doof Los Schnellere Wunderbar Hier durch Die Waffe ist natürlich super in der Entfernung Da Da müsste irgendwo links noch einer sein Sie sich jetzt so rot ist ey So gut Kommt den noch Ach nee das ist der letzte da oben verdammt Ich hab irgendwo ihn vergessen Hä Wann mal eins Der da unten Ach verdammt Zeit schon wieder verkackt eigentlich Oh jetzt weiß ich es ja Den und den da oben Oh ich spring einfach runter Ich will nicht nochmal Starten wir nochmal von vorne bitte Ne 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 Ey ich will da gar nicht drücken Mann Ach manno Dann renne ich halt zum Ziel Die wollen mich nicht sterben lassen Ich würde gerne alle vernichten Aber die kommen immer neu Deswegen bringt das eigentlich nichts Umschalten Dritter Preis Ja Wahnsinn Neuer Start Da unten ist auch Neuer Start Weil das Gebiet so groß ist Nimm ich mal an Und los Diesmal wieder hier lang Mann So Da rechts ist der Schalter Zack Erster an Komm Erster an Dann nach links Werden getroffen So kaputt gehen da oben Schalter Nein 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 Verdammt Ich bin reingeraten Und hier den dritten Daumen ist der vierte Zack Komm Geh weg So Jetzt nur noch zwei Der nach links Und der nach oben Vielleicht wahrscheinlich Zeit wieder nicht Aber mal gucken Kann man ja nicht wissen Wer uns nicht ausprobiert Zack Nein komm War da gerade Lauf Ich würde gerne die Zeit wissen Zweiter Platz Du musst in die Wilde gehen Etwas fieses Aber schon zwei Für den Repetierer Wie viel Zeit kommt der dafür Unter 60 Sekunden Na großartig Aber nicht mal sprinten können Also rollen Ich muss irgendwo eine gute Reihenfolge geben X Geh ich halt links wieder zuerst Find ich eh ein Stückchen Besseren Mann Obwohl da unten Könnte man auch durch Mach ich nochmal Ich hab mir Besseren Weg am Anfang gefunden Wollen wir gar nicht Alles vernichten da unten Kostet eh nur Zeit Downs die Lager Und los Gehen wir einfach hier unten durch Hier rum Das ist mal schon ein paar mehr Ausgelassen Auch gar nicht alle Vernichten brauchen eigentlich Weg Zack Mach mal den da weg Ey Ne den da unten bitte Wunderbar Da hast mich auch einer Letztens vergessen Vergesse jetzt nicht nochmal Den riskiere ich Wegen der Zeit Doch ein bisschen Muss man auch riskieren Wunderbar Zack an Weiter zum dritten Hier links Sack der ist weg Und jetzt noch einer Verdammt Haben wir nicht geschafft ganz Irgendwo noch getrönt Sechs Sekunden Ist aber noch machbar Eigentlich Nochmal War eine gute Reihenfolge Hier hinten Nicht hängen bleiben Ach hier guck mal Ich brauche nur den einen Den da Ich laufe jetzt durch Lebenswahl Arrrr Geht alles viel Zeit Das alles in der Minute Machen Reichweite ist gut Reichweite ist gut Man kann sagen Was man will Los Granda Das wird dann Das wird dann 15 Sekunden Von der Dame Von der Dame Das war eigentlich recht cool So an Hier durch Perfekt Maschinen mehr Aber mit einem Sack weg So ist doch cool Mit dem Sperr mal mehrere ausschalten Das könnte machbar sein So Vier Noch drei Nein Noch drei Komm schon Noch zwei 50 Ne Schaden wir wieder nicht Denn Naja Tja Fast 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 Neun Sekunden Das war gar nicht So Unknapp Die Richtung ist schon mal in Ordnung Die war laufen Vor allem mit den Sperren immer mehrere treffen Dann Aufladen und durch Jagen Hier brauchen wir auch gar keine Vernichten An Durch Durch Ja Alle vernichten hier Entschuldigung mehrere durch Weg da man So Und hier auch eine mehrere durch Genial Den brauchte ich gar nicht verdammt Drei Dann hier oben ein Komm schon Zwei noch Naja Nee Dill Dill Naja Es war jetzt schlechter vom Ablauf her Wir haben zu viel rumgestanden und geworfen denke ich Ja zweiter Preis Ich will den ersten haben Die Folge geht wieder leider etwas länger Aber das Hat seinen Grund Ich will so ein Ding haben So ein Erfolg auch unter anderem Ey nach oben Geht doch Nach oben Ach man Kannst du dich einfach nach oben ziehen Ach man ich geh nach unten Wenn ich nach oben drücke zieht Dann da unten irgendwie Da war ich ganz kurz Äh Umswitch Aber das darf ich halt nicht machen Voll dumm Ach Mal im Dornsee Lager Die Sperrprüfung Auch die hat schon in sich Muss ich sagen Die können vom Schwierigkeitsgrad noch Äh Äh schwerer sein als die vom Schwert Würde ich jetzt mal so sagen Dahin Wunderbar Und zack weg Was gehst du da hin Da immer durch Mann Da durch Und Feuer Dann zieht der mal da hin Ich ziehe ganz woanders hin Sack Den letzten da bräuchte ich nicht vernichten Drei noch Und nicht mal So viele Sekunden Mann Zack Wird wieder nix Die können wir durch Oder auch nicht Dümdüm Mann Haben sie das Ziel auch so weit weg Mal so knapp Übung macht den Meister Acht Sekunden waren's Ha Man müsste mal genau wissen Welche man Kaputt machen muss Aber irgendwann komme ich halt auch drauf Ich habe halt auch wieder Immer die falschen kaputt gemacht Gerade Unfallte unnötige Zack Das war nicht gut Mann Oh schneller 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 Ab nach unten Dann kann ich oben durch Mano Mann 40 Sekunden Noch 4 Schalter Ey Das ist doch schon wieder Unge- Uncool Cool 3 Schalter 8 Sekunden Ja logisch Kein Problem Ich sehe so schon gar nichts mehr Weil das so rot ist 2 Schalter Ich habe ihn ausgelassen Was Den habe ich dann ausgelassen Ach den hier unten Ist ja doof Ich dachte der hat die rauf gedrückt Und gleich wieder nach unten Runterspringen hilft ja leider nichts Jetzt wird mir immer wärmer Dieser Sommer Ist eigentlich gut Ja aber Naja gut Nochmal Müssen wir bitte ordentlich drücken Zack Aua Bist du nicht durch Mann Kann ich mal nach oben ziehen Wenn ich nach oben drücke Weg da Du Auch weg Zieh doch nicht da hin die zeit immer so krass kacke ist naja was soll's gehe ich halt wieder zurück die dreschalter hätte ich nicht mehr ein paar sekunden geschafft der weg scheint mir auch noch nicht so optimal die ich da gehe waren wir zu viel am anfang kaputt was soll's noch mal schwer hängen geblieben anfangen was mag ich schon mal gar nicht kostbare sekunden ich will speed boost schneller laufen wer denkt so eine prüfung aus es wird nach unten das ist schon besser an sage ich 34 sekunden sieht doch gut aus ist noch einer ist noch einer kommt schon zehn sekunden dann müssen wir noch schaffen zack an und lauf 6,4,4,3,2,1 komm komm nein bestimmt ein paar millisekunden gewesen so knapp aber man sieht es machbar wird nicht so optimal gelaufen man ich habe vergessen unten anzudrücken gleich wieder zurück warum vergesse ich das immer ich muss so schnell wie möglich durch aber nie drücken die ich habe mit speer durchschießen ist immer gut dann trifft man immer alle hinterliegenden ich weiß gar nicht ob alle oder nur 1,2 oder nur demnächsten auf jeden fall trifft man dann einiges weg da ach durch da egal manno schwer schaden gekriegt nicht gut so drei noch in der hälfte der zeit fast warum ist noch einer das ging mal so komm schon zwei noch ach das war schon wieder kacke lalala ich bin mir denn eigentlich getroffen muss immer so hin und hin und hin an der in rechten oberen stelle wenn euch einer hat da statt x drücken x drücken x drücken x drücken aber ich bin immer wieder zurück gelaufen nochmal das war ja fast geschafft vorhin zack weg da weg da den rechts brauchen wir gar nicht weg machen den da müssen wir weg machen den da einfach durch weg damit weg damit der kommt weg die in der mitte haben wir auch gerade nicht angedrückt nicht schlimm wir laufen ja eh nochmal lang vier hat den da vorne schwer ver- mann den da vorne schwer vergessen und zurück zeit ist kostbar warum nicht immer vergesse fragt mich einer fragt mich einer was besseres naja naja again ich muss den drücken es lief so gut zack und los da 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 an besser einfach durch ja komm schon ist uncool so den müssen wir leider weg machen ich habe kompenspunkte drei das hält sie gut aus zwei ja noch komm schon nein man mach schon ah fuck dumm mein ich verdammt ist doch gemein drei Sekunden nein nein es war so gut man muss noch mal ein bisschen schaden auf sich nehmen und durchlaufen aber in welcher genauen stelle na 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 ich habe falsch geguckt hier ich habe wieder falsch ja noch mal was soll's schwer kacke kacke na 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 Ey, die Aufnachzeit. Das kann doch nicht wahr sein. So, nochmal. Also wenn es noch viel länger geht, dann bei zwei Folgen drauf. Das geht ja gar nicht. Kann ja keinem zumuten. Drück mal den gleich mit. So, jetzt hier die ganze Reihe, bitte. Wunderbar. Der war unnütze. Der war gut. Drei Schalter noch. Läuft noch. Zwei Schalter. Kann ich eigentlich so durchlaufen? Komm schon, 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 komm schon. Vier, fünf, drei. Das sieht gut aus. Ja. Der gut genug Ruhige, ich kann dir nicht helfen, du kannst dich als Kapitän auf dem Spot bekommen. Schleicher Streich. So, das war's für die Folge. Aus, vorbei. Ich mach eine Pause. Pause. Tschüss. Schalter. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Scumbags Kid maybe shouldn't have done what he just did